Hallo, liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ein kleines Lebenszeichen hier aus meiner Lieblingstaverne. Ja, ich wollte mal einmal über die Dinge sprechen, die da kommen. Wir haben jetzt Oktober, die Spooky-Season fängt an, aber das ist uns dann relativ egal, würde ich sagen. Ja, es war relativ ruhig hier auf dem Kanal, mehrere Gründe. Wie gesagt, natürlich Hauptgrund, Hearthstone hat gerade keine Neuigkeiten zu bieten, wir sind gerade so ein bisschen im Leerlauf. Du hast dieses Miniset, nach dem Miniset hast du nochmal so ein, zwei Wochen und danach kommt dann meistens so zwei, drei Wochen, wo irgendwie nichts passiert. Da befinden wir uns halt gerade. Ansonsten habe ich super viel gestreamt und hier privat mit dem Haus gab es auch einiges zu tun, insofern habe ich mir dann gedacht. Dann muss es auch nicht unbedingt sein, jetzt das fünfte Mal über die Meta zu sprechen und euch zu sagen, ihr könnt Overall Priest, Fatigue Warlock und Big Spamade spielen. Das habe ich jetzt auch nicht für so nötig gehalten, von dem her, genau, deswegen recht wenig Videos. Aber es wird sich jetzt recht bald ändern. Wie gesagt, es ist ein Saisongeschäft durchaus. Wir sind ja meistens recht aktueller Hearthstone-Content. Von dem her, die neue Erweiterung steht vor der Tür, sollte auf jeden Fall im Oktober, also im Oktober angekündigt werden. Das ist, denke ich, Fakt. Wir haben jetzt wirklich im letzten Post, wir haben einige Hinweise bekommen, wann das Addon rauskommt. Und der Shop sagt es schon. Es gibt drei, vier, fünf Hinweise, dass das Addon wohl Anfang November schon rauskommen sollte. Das heißt, im Oktober das Announcement eher sogar jetzt Anfang Oktober bis spätestens Mitte Oktober würde ich damit rechnen. Also, neue Erweiterungen, neue Keywords, neue Karten. Es wird wahrscheinlich Events geben. Es wird vielleicht eine Community Day geben. Es wird vielleicht das Theorie-Crafting geben, bei dem ich vielleicht wieder dabei bin und so weiter und so fort. Natürlich gibt es ein, zwei Patches, über die wir dann reden, über die Patch-Notes. Was ganz anderes. Wir persönlich haben auf Twitch-Jubiläum, also im Oktober feiere ich immer mein Jubiläum. Den genauen Tag suche ich mir dann immer aus, wann es halt gerade passt. Der Oktober reicht mir da als Dings. Also, wir werden Ende des Monats eher, werden wir unser achtjähriges Twitch-Jubiläum feiern mit einem 24-Stunden-Stream. Das ist für uns persönlich ganz nett. Genau. Von dem her, es geht wieder los. Die Infos, nicht jetzt unbedingt direkt morgen oder so. Also, 2. oder 3. Oktober wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sofort alles explodieren. Aber ich denke mal, so ab nächster Woche könnte der Info-Train langsam anrollen. Und dann könnt ihr auch wieder damit rechnen, dass ihr hier so gut wie täglich über 4-5 Wochen ein YouTube-Video auf die Augen und Ohren bekommt. Von dem her, da gehe ich einfach mal Danke für die, die natürlich trotzdem hier nicht direkt weglaufen. Und natürlich auch an die, die wir immer auf Twitch sehen. Also, der Twitch war wirklich ganz großartig die letzten Tage. Unfassbarer Support von euch da. Und hat auch viel Spaß gemacht. 90% der Zeit. Von dem her, genau. Wir warten jetzt auf die Dinge, die da kommen. Das sollte nur ein kurzes Lebenszeichen sein. Und euch einmal den Ausblick geben, was in den nächsten Wochen so passieren dürfte. Und relativ bald dürfte der Content-Train hier wieder... wieder anrollen, würde ich sagen. Von dem her, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Macht es euch gemütlich. Macht die Heizung langsam an. Bleibt gesund, bleibt friedlich. Und wir sehen uns hier auf YouTube ganz bald wieder. Und natürlich die ganze Zeit auf Twitch. Macht's gut. und